Hallöchen! Ich freue mich riesig, dass du dich für den Launch Express interessierst. Der Launch Express besteht aus vier Bereichen. Welche das sind, möchte ich dir in diesem Video kurz vorstellen. Der Launch Express ist eine Kursbibliothek. So wie bei Amazon Prime oder bei Netflix kannst du dir den Online-Kurs angucken, den du gerade für dein Online-Business aufbau brauchst. Ich habe tatsächlich mir die allerbesten Trainer gesucht und von jedem Trainer findest du sein Spezialgebiet. Nichts ist doppelt. Du hast nur alles, was du brauchst, um ein funktionierendes Online-Business aufzubauen in der Bibliothek und kannst dir die Kurse anschauen, wann du magst. Sie stehen dir sofort, wenn du gebucht hast, alle zur Verfügung. Ins Trainerteam habe ich mir aus meiner Sicht die besten Trainerinnen und Trainer geholt, die überhaupt im Bereich Online-Business-Aufbau aktiv sind. Darunter sind Katrin Hill, Andrea Balschow, Julian Heck, Frank Katzer und viele, viele, viele mehr. Alle Menschen, deren Kurse ich besucht habe und wundervoll fand. Damit bin ich beim zweiten großen Bereich des Launch Express, nämlich den Live-Trainings. Alle Trainerinnen und Trainer, die Kurse bei uns im Launch Express haben und die in Videolektionen und Workbooks zur Verfügung stellen, werden auch live bei uns sein. Das heißt, in den Live-Trainings könnt ihr die Trainerinnen und Trainer kennenlernen, aber auch ihnen Fragen stellen und Feedback von ihnen bekommen, was natürlich erst den richtig großen Benefit darstellt. Wir haben also tollen Input von tollen Trainern. Alle 14 Tage kommt ein neuer Kurs dazu. Aber Online-Kurse haben ja auch immer einen Haken. Und zwar, dass man in der Theorie viel gelernt hat, aber dass man das Ganze auch umsetzen muss. Und darum geht es im Bereich Nummer 3 des Launch Expresses. Wir gehen in die praktische Umsetzung. Wir tun das auf unterschiedlichen Wegen. Einmal, immer nachdem die Trainerinnen oder Trainer bei uns Dienstagabends Input gegeben haben, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, gehen wir nochmal in die Praxis und setzen das Ganze gemeinsam um. Zudem gehen wir auch nochmal in die Tiefe, damit wir die Themen auch wirklich verankern. Damit sind wir beim Support. Damit ihr an keiner Stelle im Laufe des Aufbaus eures Online-Business hängen bleibt, haben wir eine Business-Sprechstunde eingerichtet. Hier könnt ihr alle Fragen rund um euer Business stellen. Habe ich da den richtigen Kurs gewählt? Wie soll ich den nennen? Soll ich mich nochmal ein bisschen umpositionieren? Ist die Zielgruppe, die ich habe, die richtige? Wie mache ich ein Upsell? Ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um eine Anzeige zu schalten? Brauche ich eigentlich eine Landingpage? Wie sollte die Landingpage genau für mich aufgebaut sein? Und so weiter und so weiter und so weiter. All diese Fragen könnt ihr in der Business-Sprechstunde stellen. Unserer Erfahrung nach sind es aber auch technische Probleme, die auftauchen können und verhindern können, dass wir den nächsten Schritt im Online-Business-Aufbau gehen können. Dafür haben wir eine Technik-Sprechstunde eingerichtet. Jeden Montag um 15 Uhr könnt ihr Fragen stellen zu Tools, zu technischen Problemen. Florian und Philipp werden dafür sorgen, dass ihr an keiner Stelle an der Technik scheitert. Es ist also egal, an welchem Punkt ihr gerade seid. Ihr könnt immer gucken, in der Bibliothek ist das Thema. Ihr findet dort Video-Lektionen, Audio-Lektionen und Workbooks. Zudem lernt ihr die Trainerinnen und Trainer in Live-Sessions persönlich kennen und könnt Feedback bekommen. Dann gibt es auch noch den Bereich, wo ihr die Dinge in der Gemeinschaft vertieft und in die Praxis umsetzt. Und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Bereich, nämlich der Community. Der Lounge Express ist auch ein Club oder Verein. Dort treffen wir uns, dort schmieden wir gemeinsame Projekte, dort machen wir Coworkings. Wir sind jeden Montag von 9 bis 12 im Coworking und arbeiten da an unseren unterschiedlichen Themen. Und manche Dinge tun wir gemeinsam, wir unterstützen uns und so weiter. Zudem könnt ihr euch auch mit euren Themen aktiv in den Lounge Express einbringen. Dort haben wir extra einen Magic Wagon, wo wir eure Magie erleben wollen und wo ihr zeigen könnt, was in euch steckt und der Community das präsentieren könnt. Ihr seht, es ist ein Rundum-Paket im Lounge Express, wo es darum geht, gemeinsam online erfolgreich zu werden. Ich würde mich riesig freuen, auch dich einmal an Bord begrüßen zu dürfen. Du darfst gerne mal ein paar Tage schnuppern, wenn du Lust hast. Wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei mir. Wir freuen uns auf dich!